In letzter Zeit wurde ich oft gefragt, ob ich auch eine Moschee bauen könnte. Hierbei muss ich klarstellen, dass ich die großen Kathedralen nicht aus religiösen Gründen baue, sondern weil mich die Architektur so sehr fasziniert. Und sogar innerhalb der Kirchen baue ich hauptsächlich gotische Kathedralen. Und gerade so im deutschsprachigen Raum, Norditalien, Frankreich, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt eine einzige Moschee gab. Ich habe ein einziges arabisches Survival-Projekt gemacht, das seht ihr gerade im Hintergrund, das kam aber leider nicht so gut an, es scheint so als ob es mir nicht so ganz liegt. Ich werde bestimmt früher oder später eine Moschee bauen, aber in das jetzige Survival-Projekt passt es halt einfach nicht rein. Ich freue mich aber immer sehr über eure Bauideen.